Hey guys, this is just an information video from my German viewers that I am starting a second channel with German content only, so if you are not German you can just ignore this video. Also Leute, auf Deutsch einmal für euch, ich werde meinen zweiten Kanal starten, heute oder morgen kommt das erste Video, ich habe auch schon Ankündigungsvideo auf dem Kanal hochgeladen, ich packe euch den Link ganz unten in die Beschreibung, schaut da gerne vorbei, wenn ihr weiterhin deutschen Content haben möchtet und dann sehen wir uns auf dem Kanal. Alles weitere, alle Infos, was auf diesem Kanal passieren wird, wie es passieren wird, wann es passieren wird, alles auf dem Kanal im Infovideo und dann sehen wir uns dann, hoffentlich, bis dann, ciao, ciao.